Ja, inzwischen geht das auch schon so, anzuziehen. Wollte ich einfach mal ausprobieren, das braucht ja, das mache ich die ganze Zeit, das gibt es doch nicht. So, eine Dingenspitzhacke. Ist auf jeden Fall mal gut, dann sonst so ein Schwert, könnte ich mir daraus noch machen. Ich verprasse jetzt einfach da die ganze Scheiße hier. Dann muss ich das so mal rüber und dann ja und dann so und dann so und dann das und das. Äh, oder so, geht eigentlich auch, ja, geht ganz gut. Dann wollte ich noch, genau, zack, 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 zack. Einfach mal so machen, auch damit ich die auch wieder dabei habe. Zuerst werde ich die hier noch einfach aufbrauchen, egal. Ähm, Pfeile könnte ich mir eigentlich auch machen, werde ich aber jetzt vorerst mal nicht verwenden, schätze ich. Ja, dann bin ich hier eigentlich auch schon fertig. Ja, ich habe meine Rüstung. Jihihihi. Juhuhu. Ich bin so stolz auf mich. Ja, dann wäre das hier einfach brutzelt mal, ich könnte mir eigentlich wirklich Pfeile machen. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal so raus und mache da Pfeile draus. Hahaha. Dann die Flint. Ja, ach, ist doch egal. Scheiß drauf. So war das, glaube ich. Das so, dann so und dann so. Genau. Muss ich mir allerdings noch neue Dingens machen. So, 62. Und dann noch die da und dann so. Ja, 32. Das geht sich sehr gut aus. Lege ich sowieso alles ab. Also, ja, ich habe keine Ahnung, warum ich mir das jetzt gerade mache. Also, ich schätze einfach mal, damit ich ein bisschen, wenn ihr Zeug da dran habe oder so irgendeinen anderen Schmarrn, Schmarrn. Also, ich war jetzt ungefähr eine Stunde, ja, eine Stunde waren wir jetzt ungefähr da unten. Auch nett, oder? Mal eine Stunde verschwendet mit so tot und so nötigen Sachen halt. Hallo, bitte ein bisschen mehr Samen. Danke. So. Also, ich war jetzt einige Tage in dieser Höhle. Ich stinke jetzt noch nach Gestein und Kohle. Also, ja, so nach der physischen Kohle. Ihr wisst schon, was ich meine, nach der einen Kohle, die einfach stinkt. Und in Minecraft so, äh, so unabdingend ist. Ja, und mit den Samen geht es jetzt eigentlich auch ganz gut dahin. Ja, und mit den Schmarrn. Ja. Ja, und inzwischen sind es schon über 40. Ja, da bekommt man schon einiges raus. 52. Also 53 mal mal 53, 53, ja, 54 für das ganze Feld. Ja, gut zu wissen. Oh, und es wird Tag. Äh, nee. Nein. Ich habe nichts. Ich bin arm. Genau wie ihr. Hm, gebt mir eure Eier, gebt mir eure Eier, gebt mir eure Eier, gebt mir eure Eier. So, jetzt bin ich wieder da und hab viel Geld. Also, ich hätte auch noch meine Kohle aus, oder? So, du und du. Und du und du. Und du und du. Und du und du. Und, ah, die Bumsen hier rund durchs Gehege. Es gibt's doch nicht. Und ja, die haben schon. Nein, ich hab nichts. Geht weg. Dann erstmal die Schafe. So. Du und 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 du. Hallo du. Hallo du. Ja. Ja, die fressen uns hier als einzige die Weile weg. Ist ja, glaub ich, die fressen, äh, die brauchen Gras, damit dann wieder die Wolle nachwächst. Einen apropos Wolle. Weil mal, nein, das mag ich später. Ich könnte mir auch mal eine Schere basteln. Nein, es gibt kein Entkommen. Aber dafür gibt's ein bisschen Futter bei mir. Zack, 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 zack. Ist doch egal, mach ich einfach so. Und, dingens. Wer will, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Ja, so, gut. Aber lasst mich raus aus euren schweinischen Sachen hier. Moin, das eine Schaf, äh, das Sch... das Sch... das Schaf? Das eine Schwein, da ist ganz ohne Liebe. Oh, du armes Vieh. Jaja, 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 jaja. Äh, das wollte ich eigentlich nicht, sondern... da, da. Zack, zack. Hm, 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 hm. Die Eier auch einfach mal da rein. dann die sind sie schon fertig immer noch nicht naja dann eben nicht da hinten habe ich ein ei gesehen ein versuch was wert da habe ich gerade was ziemlich eigenartiges gesehen ja da geht es jetzt rund bei uns wie im rammel ich mein rummel so da gibt es sollte vielleicht einfach austauschen die kann man ja dann wieder zu einem zusammenfügen wenn die in den könnte ich eigentlich jetzt auch angreifen damit da wird war doch einer wieder abgehauen also bleibt da ja kommen zu uns kommt zu uns mein bleib da wusste ich will dich töte nein ich will eine ende abhängen ja wo ist das ist wie ich jetzt hin ich will das endlich töten aus ganz uneigennützigen gründen naja ich würde wirklich jetzt gerne einen enderman einfach mal so töten damit ja mal sehen ob ich es jetzt schaffe werde ich wahrscheinlich schon schaffen ist ja eigentlich gar nicht so schlimm schlimm ist also schlimmer ist halt nur dass die die ganze zeit abhauen dass er hinten ein krieg bei diesem da auch ein paar ich sage auch komm her siehst du mich oder nein das sieht mich nicht zombie du interessierst mich nicht ich würdige dich keinen blick ist nein verdammt wo ist er hin da ist glaube ich da ich glaube ich da richtung grasland wie drüben und ich glaube die ganze Zeit mit meinen eisen rum ist auch sehr klug aber ich will jetzt diesen enderman wo ist der die gefährlichste mischung die ich mir jetzt gerade vorstellen kann zwischen monstern ja eigentlich knallfrosch und enderman der knallermann ich bin ja interessiert die schon verdammt wo ist es hier ziemlich das tüten hier bleibt hier bleibt hier bleibt hier ich will auch nur deine ender perle kannst du sie auch so geben ich habe ihn gerade gesehen also kaum schaue ich den tag an ist er dann wieder kaum her du also am tag nicht immer nicht töten sie zu aus tun ist ja wie ich denen da hinten so wo er genau die sind die friedliche ich will nicht gegen külper kämpfen die sind zu langweilig krippe sind viel langweiliger als knallfrösche ist der ende man jetzt schon wieder ich habe trotzdem fokus verloren und der auch der der sagt da ich will mich doch nicht zu nur gerade eben was schauen das sind ja auch schon übergang war zwischen ganz grün und übergang übergang zwischen grün und übergang ja genau so ist es da hinten eigentlich ein ender mann gesehen ich glaube das war jetzt keiner muss ich da wirklich in der nacht oder es gibt es doch nicht das ist jetzt nur in der nacht die verarschen eine abzocke ist das eigentlich kann ich da eine fackel dran klatschen oh und es wird schon nacht immer beim wenn wir gerade schon beim thema sind ja framerate at ok 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 oh